Diese Saison habe ich etwas ganz Spezielles mitgebracht, weil das Thema der Kollektion ist Power. Es sind also ganz starke Frauen. Es ist ein ganz individueller, starker, extremer Look, der aber durch die Farblichkeit wieder so ein bisschen runtergeholt wird. Also wir haben ganz viel mit Sand und Creme und Elfenbein gearbeitet und das dann mit so einem leuchtenden Blau durchbrochen. Also es wird sehr spannend. Und generell für mich ist es immer spannend hier zu sein, weil ich bin jetzt zum, ich glaube zum 14. Mal auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin und bin ja eigentlich auch das treueste Schäfchen von hier, weil ich ja der Einzige bin, der bisher nie off-location gegangen ist und mir hier gezeigt hat. Ja, ich glaube zum nächsten Mal, ich glaube zum nächsten Mal, ich glaube zum nächsten Mal. Ja, 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 ich glaube zum nächsten Mal.